Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich gehöre zur Leitung des Museums. Mein Arbeitsschwerpunkt ist die Partizipation, Inklusion, Diversität und Vermittlung. Und dazu gehört auch die Leitung des Stadtlabors. Ich möchte ganz besonders herzlich unsere Kooperationspartner begrüßen. Medico International mit dem utopischen Raum, wozu auch das Institut für Sozialforschung und die Frankfurter Wunschau. Ich begrüße Thomas Gebauer für den utopischen Raum von Medico. Und ich begrüße aber auch Shabuila Amadou von der Erste und Landeszentrale für politische Bildung. Unsere Podiums, DiskutantInnen. Julia Prober, Bianca Aguda Miranda, Thilo Wäsche. Sie stellen sich nachher alle selbst noch vor. Und außerdem begrüße ich noch Maike Fischer, Fotografin, die gleich ein Beitrag des ganzen Podiums eröffnet wird. Wir sind heute für die Podiumsdiskussion, hat die Naturrechte, Kämpfe und Missionen der Demokratie zusammengekommen. Es ist die dritte von fünf Podiumsdiskussionen, die wir im Rahmen der Stadtlaborausstellung Demokratie vom Versprechen der Gleichheit veranstalten. Das Stadtlabor ist ein partizipatisches Ausstellungsformat. Es ist die Einladung des Historischen Museums an die Stadtgesellschaft, ihr Museum, ihr Stadtmuseum mitzubestalten. Wir arbeiten mit geteilter Expertise und nach dem Motto, zeig mir deine Stadt. Es geht darum, verschiedene individuelle Perspektiven der Frankfurter und Frankfurterinnen auf ihre Stadt hier im Museum zu zeigen. Multi-Perspektivität ist uns wichtig. Es soll zum einen den sehr unterschiedlichen Personen die Möglichkeit eröffnen, ihre eigenen Perspektiven zu formulieren, in einen Ausstellungsbeitrag zu fassen und eben sich und ihre Perspektiven hier im Museum zu präsentieren. Andererseits bringt diese Vieldimensionalität auf ein Thema die Möglichkeit, das Besucher in ihrer eigenen Perspektive verlassen und eine, zumindest für den Besuch der Ausstellung, andere Perspektive übernehmen. An der Ausstellung, zu der diese Podiumsdiskussion gehört, haben über 100 Personen mitgearbeitet und 25 Ausstellungsbeiträge inklusive von Herzberg-Stationen für Familien erarbeitet. Die Ausstellung ist in vier thematischen Bereichen. Gliedert die Fundamente der Demokratie, die Grenzen der Demokratie, die Kämpfe der Demokratie und die Visionen der Demokratie und zeigt ganz unterschiedliche Auseinandersetzungen mit den Aspekten. Unsere Podiumsdiskussion heute bezieht sich auf den Bereich, auf die Rechte der Natur, den wir zu dem Bereich, die Vision der Demokratie zugeordnet haben. Wir hätten es aber genauso gut auch zu dem Bereich, die Kämpfe der Natur zuordnen, die Kämpfe der Demokratie zuordnen können, denn das ist nicht nur eine Vision, sondern auch einen Kampf und das wissen wir alle, man muss für etwas kämpfen, um vielleicht auch eine Veränderung zu erreichen. Die Natur als Subjekt zu sehen und zu behandeln steht hinter der Idee der Rechte für die Natur. Es gibt Religionen und Kulturen, wo Tiere und Pflanzen als Geschwister oder als Ahnen von uns Menschen verstanden werden. Sie werden als Individuen, als Subjekte betrachtet. Das ist bei uns in Zentraleuropa nicht so geläufig. Die Schriftstellerin und Lyrikerin Sumana Roy hat mit ihrem Buch »Wie ich ein Baum wurde« den literarischen Versuch unternommen, eine vollständig andere Perspektive als die der menschlichen einzunehmen und sich in das Sein eines Baumes hineinzuversetzen. Sie versucht, pflanzliche oder baumähnliche Eigenschaften für sich zu erschließen. Dies eröffnet auch für uns als Leserinnen völlig andere Welten. Und vielleicht wäre es für alle, uns alle eine gute Übung zu versuchen, mal die Perspektive eines Baumes, einer Wegwarte, eines Hirschkäfers oder auch einer Manganknolle einzunehmen. Die PolitikerInnen des norwegischen Parlaments, die letzte Woche beschlossen haben, große Gebiete im Nordatlantik für das sogenannte Deep-Sea-Mining freizugeben und den Abbau von seltenen Erden zu eröffnen, hätten sich vielleicht anders entschieden. Damit übergebe ich das Wort an erstmal Maike Fischer und anschließend an Jamila Adamu, die das Podium moderieren wird. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion und den Austausch. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Maike Fischer. Ich bin Fotografin hier im Frankfurter Umfeld und arbeite vorwiegend im Bereich oder mit dem Schwerpunkt urbane Transformationsprozesse. Ich habe schon viele meiner Arbeiten im Historischen Museum gezeigt und für das Historische Museum gearbeitet. Im letzten Jahr, im Winter 2022-23, hatte ich den Auftrag, die Besetzung im Fechenheimer Wald zu dokumentieren. Und dort habe ich eine kleine Fotoserie erstellt, mit der ich heute eine visuelle Einführung in das Thema des Abends geben möchte. Und zwar habe ich mich für zwei Schwerpunkte entschieden, um so ein bisschen die Gesamtheit dieses mit positiver Energie, wie ich finde, aufgeladenen Ortes zu zeigen. Als Einführung in den Ort für alle, die nicht die Gelegenheit hatten, dort zu sein und sich das anzuschauen. Und auch für alle, die dort waren, als Unterstützende mithelfen konnten oder auch nur begleitend vor Ort waren, als Erinnerung an einen Ort, der eben, wie gesagt, eine sehr positive Ausstrahlung hatte und dann leider der Räumung zum Opfer fiel. Die Schwerpunkte, die ich gesetzt habe, sind zum einen die architektonischen Strukturen von Zelten über Baumhäuser, Plattformen, verbunden mit Traversen rund um eine Art gemeinschaftliches Dorfzentrum der Küche, überragt von dem 40 Meter hohen Haipot, einer Plattform, die dann tatsächlich auch der Räumung bis zum Schluss widerstehen konnte, aber auch Barrikaden, die bis zum Schluss von den Menschen im Wald gebaut wurden, um die Räumung möglichst zu erschweren. Ein weiterer Schwerpunkt sind die künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksformen, die ich dort vorfand, bei denen es darum ging, den politischen Anliegen Ausdruck zu verleihen, auch unter Einbezug der Bäume vor Ort. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und mit dem persönlichen Wunsch verbunden, dass solche Protestformen zukünftig von noch mehr Menschen unterstützt werden, wünsche ich euch viel Spaß bei den Fotos aus dem Fechenheimer Wald. Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Jamila Adamu. Ich bin die Moderatorin am heutigen Abend, arbeite für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und leite dort das Referat Gender, Diversity, Migration, Integration und freue mich sehr, hier mit unseren ExpertInnen zusammenzusitzen. Wir haben im Vorhinein vereinbart, dass sich alle selbst vorstellen. Ich würde trotzdem gerne auch die KooperationspartnerInnen beziehungsweise Planenden nochmal erwähnen. Thomas Gebauer ist schon genannt worden, Stefan Hebel gehörte auch mit zum Planendenkreis, der ist heute leider verhindert. Und Angelina Schäfer vom Historischen Museum hat heute Urlaub, sonst würde sie auch hier sein und hätte die Veranstaltung mit eröffnet. Vielen Dank an Susanne Gesser. Und genau, wir haben verschiedene Gesprächsrunden vorbereitet und beginnen jetzt mit der Vorstellung. Herr Thilo Wiesche, ich würde Sie bitten zu beginnen. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, mein Name ist Thilo Wiesche. Ich bin Professor für praktische Philosophie an der Universität Freudenburg. Und als ich vor ungefähr fünf Jahren zum ersten Mal von den Rechten der Natur hörte, dachte ich, oh je, was für eine Übertreibung, bestenfalls heiße Luft. Und je länger ich darüber nachdachte, dachte ich, es ist nicht nur eine gute Idee, sondern eine zwingende Idee. Das könnte einen Ausweg aus den Ökologiekrisen der Gegenwart erweisen. Und habe dann noch mal länger darüber nachgedacht, über das Thema und habe daraus ein Buch gemacht, das im letzten Jahr im September erschienen ist, mit dem Titel Die Rechte der Natur vom nachhaltigen Eigentum und ist bei Sokamp erschienen. Vielen Dank. Frau Bianca Aruda Miranda, möchten Sie fortfahren? Hallo. Ja, hallo. Genau, ich heiße Bianca Aruda Miranda. Ich komme aus Brasilien, aus dem globalen Süden. Ich freue mich, dass die Marilu auch dabei ist. Die Marilu ist auch für die Ausstellung hier sozusagen. Sie hat auch dazu beigebracht und auch jemand, der Bescheid weiß sozusagen. Ich finde es total schön, dass du da bist. Genau, ich freue mich auch auf die eine an. Und was ich sagen wollte, ich habe auch indigene Vorfahren. Ich setze mich auch für die Indigenen ein, schon lange. Habe ich auch einen Endkontakt zu verschiedenen Volken in Brasilien und nicht nur in Brasilien. Bin ich auch beim Ökobüro tätig. Das machen wir als Volkersarbeit in München. Also ich lebe in München, habe ich schon hier in Frankfurt vor schon lange gelebt. Und ich freue mich auf die Diskussion und vor allem auf die verschiedene Perspektiven, die heute präsentiert werden. Vielen Dank. Julia Krohmer, möchten Sie sich jetzt vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sein. Ich bin Julia Krohmer, bin Geoökologin von Haushaus Botanikerin, arbeite selber aber nicht mehr wissenschaftlich, sondern in der Wissenschaftskoordination bei Senckenberg, wo ich unter anderem für Transfer, Veranstaltungen, Vernetzung mit zuständig bin und habe in Frankfurt die Scientist for Future mitgegründet. Also durchaus auch ein aktivistisches Bein, mit dem ich dann auch im Fächer war, dort Führungen gemacht habe zur Ökologie. Und ja, dieses große Anliegen, dass das, was wir in der Wissenschaft eigentlich längst wissen, irgendwie auch in die Gesellschaft, da ist es ja vielfach schon, in die Politik dann kommt und wo immer man dazu beitragen kann, bin ich dabei. Sehr schön. Genau, da würde ich gerne anknüpfen. Die erste Runde wird sozusagen sich auf das aktuelle Engagement und das Handeln im Sinne der Natur beziehen. Und da meine Frage an Sie, Frau Krohmer, wie und wo sind Engagement und Handeln im Sinne der Natur möglich, auf regionaler Ebene? Sie haben schon erwähnt, dass Sie auch aktivistisch tätig sind. Können Sie dazu etwas sagen und auch zu Ihren Aktivitäten in Frankfurt zur Biodiversität? Ja, Stadtnatur ist in den letzten Jahren immer mehr zu meinem Thema geworden durch verschiedene Projekte, die sowohl von der ganz kleinen Ritzenvegetation bis hin zu den Stadtbäumen gingen, die wir bei Senckenberg begleitet, beforscht, beobachtet haben und immer noch tun. Und da entsteht dann ganz schnell das Anliegen, finde ich, sich für die auch einzusetzen. Also in dem Moment, wo man hinschaut, wo man etwas erkennt, etwas wiedererkennt, einen Namen hat, sei es jetzt ein Kräutlein oder einen Baum oder auch eine Grünfläche, die man jeden Tag sieht, mit der man sich identifiziert, finde ich, kann man eigentlich gar nicht mehr anders, als sich dafür einzusetzen. Und das Schöne in den letzten Jahren oder auch im Umfeld solcher Kampforte, ist nicht schön zu sagen, aber wenn es dann darum geht, Natur zu bewahren, bilden sich ja heute sehr schnell Initiativen vor Ort, vernetzen sich Menschen, Anwohner, Initiativen, Organisationen, die dann gemeinsam mit ihren jeweiligen Beiträgen tätig werden, sich gegenseitig stärken, sich bereichern. Und da wird dann von einem ganz kleinen individuellen Wunsch, was zu tun, eben sehr schnell ein großes, starkes Netzwerk, wovon man dann im täglichen Miteinander durch jede Menge Bereicherung auch Kraft zieht. Und das Gefühl hat, man ist nicht allein, man schafft vielleicht nicht unbedingt das, was man eigentlich möchte, wie die Fällung hier in dem Fall zu verhindern, aber man bewirkt auf jeden Fall was in der Wahrnehmung bei anderen Menschen noch. Und hält dieses Engagement an, über diesen Anlass, diesen konkreten Anlass hinaus? Ich hoffe, also manchmal ist man geneigt, deprimiert zu sagen, hat ja alles nicht genützt, aber wie gesagt, man ist ja nicht allein, man sieht, wie die anderen weitermachen. Und das Anliegen wird ja dadurch nicht schwächer. Es ist ja dann herzzerreißend, wenn man durch den Fächer geht und die gefällten Bäume sieht, was dann zerstört wird. Und wie gesagt, wir können ja auch wissenschaftlich sagen, dieser Wald oder welches Stück Natur auch immer gerade im Fokus steht, wir dürfen keine Bäume mehr eigentlich fällen, um diese große Balance nicht noch weiter aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich glaube, das hält. Und ich glaube, je länger man dabei ist, desto stärker wird es auch. Und so kurzfristige, traurige Phasen durchgehört man dann und nimmt neuen Schwung. Also ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, da können wir vielleicht auch nachher drüber reden, wie die Anwesen das so sehen in diesem gemeinsamen Kampf. Aber ich glaube, das hält an. Herr Thilo-Wirschel, Sie haben schon angedeutet, dass Sie sich eingehender mit dem Konzept Rechte der Natur befasst haben. Können Sie etwas mehr dazu sagen, wie aus wissenschaftlicher Perspektive Sie das fassen und was Sie motiviert, sich zu engagieren? Ja, also man muss sich vor Augen halten, dass es gegenwärtig weltweit 200 Fälle von Rechten der Natur gibt. Also nicht nur Initiativen und Pläne, sondern 200 Fälle von einklagbaren Rechten, die auch durchgesetzt werden können. Es begann alles vor 18 Jahren in einer kleinen Gemeinde in Ohio, den USA. Dort wurde einem Boden eigene Rechte verliehen. Diese Rechtspraxis hat sehr schnell Schule gemacht. Ich nenne einfach nur mal so ein paar Sternstunden in der Entwicklung der Rechte der Natur. Das war zum einen in Ecuador, wo die Rechte der Natur sogar in die Verfassung Einlass gefunden haben, Artikel 71 und 72. Also man kann vor dem Verfassungsgericht in Ecuador die Rechte der Natur einklagen. Und im vorletzten Jahr gab es einen Fall, der auch hier durch die Medien ging. Es hat nämlich das Gericht entschieden, dass ein milliardenschwerer internationaler Bergbaukonzern in einem Nebelwald über Nacht die Tätigkeiten einstellen musste, weil der Bergbau die Rechte dieses Nebelwaldes verletzte. Und sehr wichtig ist, ohne Entschädigung. Also die Investitionen waren einfach weg. Ein weiterer bekannter Fall ist der Wanganui River in Neuseeland, wo es einen sehr langen Rechtsstreit zwischen den Maoris und der Krone gab, der eben dadurch, also durch einen Kompromiss geschichtet wurde, dass diesem Fluss und auch der umliegenden Landschaft eigene Rechte verliehen werden, die vor Gericht eingeklagt werden können. Und noch ein Fall, der erwähnenswert ist, auch vor zwei Jahren, wurde in Spanien dem Marminor, einer Salzwasserlagune eigene Rechte verliehen. Das ist deshalb besonders erwähnenswert, weil was in einem Mitgliedsstaat der EU möglich ist, das ist grundsätzlich in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten auch möglich. In Deutschland gibt es mehrere Initiativen, die sich eben genau dafür einsetzen, dass bestimmten Ökosystemen, also Gewässer, die Ostsee beispielsweise eigene Rechte bekommt. Es gibt dabei zwei unterschiedliche Konzepte der Rechte der Natur. Das eine Konzept findet man sehr häufig in Lateinamerika, wo gesagt wird, die Natur selbst hat eigene Rechte. Im Grunde ganz unabhängig davon, ob es Menschen gibt. Sie hat eigene Rechte. Davon unterschieden ist zum Beispiel der Fall in Neuseeland, der Wanganui-River, weil hier bestehende Rechte von Menschen auf ein Ökosystem übertragen werden. Also bestehende Rechte in einer Rechtsordnung werden erweitert. Sie werden nicht nur auf Staatsbürgerinnen und Bürger begrenzt, sondern auf Ökosysteme übertragen. Also nicht der Fluss selbst hat eigene Rechte, sondern ihm werden die Rechte verliehen, die beispielsweise die Anwohnerinnen dieses Flusses haben. Und das heißt auch einschließlich Eigentumsrechte. Also der Fluss hat Eigentumsrechte, die vor Gerichte geltend gemacht werden können. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, weil auffällig ist, dass diese jeweiligen Rechte der Natur einen ganz spezifischen kulturellen Kontext haben oder eine bestimmte Rechtstradition voraussetzen. Sehr auffällig ist, dass insbesondere indigene Naturvorstellungen eine große Rolle spielen in Lateinamerika, aber auch in Asien, auch in Neuseeland, die maorische Naturvorstellung. Und die große Herausforderung, die ich sehe, ist, wie können wir diesen Gedanken der Rechte der Natur in Gesellschaften, in säkularen Gesellschaften des globalen Nordens anwenden, wo wir eben nicht sagen können, einfach wir greifen auf germanische Vorstellungen zurück. Also wir müssen gewissermaßen aus unseren eigenen Rechtstraditionen, aus unseren eigenen Geltungslogiken der Gesellschaften die Rechte der Natur herleiten. Und dabei, und das finde ich eben, das kann man gar nicht häufig genug betonen, kann der globale Norden unglaublich viel lernen vom globalen Süden, weil die meisten Fälle sind einfach im globalen Süden heutzutage. Und dort kann man nicht nur lernen, wie der Natur eigene Rechte verliehen werden, sondern man kann auch sehr viele Erfahrungen in der Praxis lernen, wie man zum Beispiel die Stellvertreterinnen von Flüssen und Wäldern bestimmt und wie die eben darauf achten, dass die Rechte der Natur eingehalten werden. Also hier kann man dieses bisher einseitige Verhältnis zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden mal umkehren und sagen, der globale Norden kann ganz eindeutig vom globalen Süden lernen. Vielen Dank. Genau, ich wollte noch ergänzen, auch in Europa, meine ich, gibt es Initiativen in Finnland, ich glaube der Samen als indigene Gemeinschaft, in Island, also es gibt auch dort schon Aktivitäten, politische Aktivitäten, aber auch aktivistischer Ebene als kulturelles Erbe, wo es Kooperationen gibt zwischen Regierungen, also um das zu erweitern und zu sagen, wir haben auch durchaus hier in Europa indigene Gemeinschaften, die sich einsetzen für ihre Mitwelt und dennoch ist es wichtig, dass wir miteinander und voneinander lernen. Sie haben die verschiedenen kulturellen Kontexte angesprochen, deswegen würde ich gerne überleiten zu Frau Arduda Miranda. Welche Vorstellungen sind Ihnen vertraut und wie stellen Sie die Brücken her zwischen globalem Norden und globalem Süden? Auf welche Konzepte rekurrieren Sie? Auf welche greifen Sie zurück? Das ist eine interessante Frage und gleichzeitig ein bisschen schwierig, aber ich glaube, also was wichtig ist, wir haben diese Tränen zwischen globalem Süden, globalem Norden, aber das heißt nicht, dass wir getrennt leben. Also was dort passiert, ist ein bisschen ähnlich, wie wir die Natur auch denken. Was mit der Natur passiert, dann passiert auch mit uns. Und das heißt, wir sind in einer globalen Welt, und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das zu trennen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich werde einfach so reden, ich weiß schon, ob ich die Antworten geben werde, aber ich finde es interessant, ich finde es auch sehr inspirierend, auch der Film, also den Film, weil ich dachte, also wenn ich denke, wie die Indigene, also was heißt das? Besetzung, also Wiederbesetzung. Und wenn man ein Teil der Natur ist, dann ist eigentlich nicht, dass man wiederbesetzt oder besetzt, das eigentlich nicht von der Indigene besetzt wurde, sondern von dem Fall KolonisatorInnen. Und das finde ich auch total wichtig zu sagen, also das ist auch eine andere Perspektive. Und deswegen finde ich auch ein bisschen schwierig, so zu denken, okay, und ich glaube, wir müssen auch, weil was passiert gerade, also überall auf der Welt, wenn man denkt, okay, ich kann das als Beispiel, natürlich die Indigene in Brasilien geben, gerade sind einige auch hier, Kilomboles, das ist die Afrodiaspora auch in Brasilien, und sie führen Gespräche hier mit der Regierung in Deutschland, weil die Deutsche Bahn versucht, also gerade hat dieses Projekt dort auch ein, wer ist das, klar ist, ja genau, also aufzubauen, und was eigentlich, das heißt, was hier passiert, dann hat auch eine Folge, und das finde ich auch, deswegen sage ich nochmal, das ist sehr schwierig für mich, das zu trennen, also man kann das nicht getrennt denken. Und auch welches Verhältnis, oder was man unter Natur versteht, und das macht total viel aus, also wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Reaktion, ich glaube, dass auch die Indigene auch sehr viel, also sehr sichtbar geworden sind, wegen dieser Geschichte mit dem Klimawandel, oder Klimakrise, oder, ne, vor kurzem war, okay, sie sind da, in Brasilien auch, muss man sagen, sie werden nicht als Menschen, also eine Zeit lang, wurden sie als Menschen auch anerkannt, also das ist schon ein Wandel sozusagen, und dann ist jetzt, dass sie einfach sichtbar werden, sagen, okay, wir sind für die Biodiversität sozusagen, wir retten, wir können die Welt retten, und da habe ich auch mit einer gesprochen, Isabel Tucano, ich habe gesagt, das ist auch sehr schwer, also, was jetzt gerade mit euch passiert, dass ihr sozusagen diese große Antwort, also, ihr tragt, muss das sein, ne, und das ist auch wie, ich glaube, das ist auch für sie wie eine Strategie, zu sagen, hey, wir sind da, und wir sind sehr wichtig, ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe, aber ich werde so reden, Sie wollen ergänzen, ja, da fällt mir direkt dazu ein, wie in den wissenschaftlich-politischen Verhandlungen um Biodiversität, es gibt ja, wie der Klimarat gibt es ja einen internationalen Biodiversitätrat, wo zunehmend, wo eben weltweit verhandelt wird, was können wir zum Schutz der Biodiversität, zur Erhaltung der Ökosysteme tun, wo eben von Anfang an dezidiert alle Weltregionen vertreten sein mussten, also nicht nur der globale Norden, der ja die Wissenschaft dazu immer noch dominiert, sondern dass immer darauf geachtet wird, dass alle Perspektiven der verschiedenen Weltregionen einbezogen werden, und es gibt immer auch extra Formate und überall begleitende Schienen, die eben Indigene aus aller Welt einbeziehen und deren Konzepte, deren Denkweisen, dass eben nicht diese wissenschaftlich etablierte Sichtweise da überall in diese Berichte und Ergebnisse eingeht, sondern dass immer das indigene Wissen mit einbezogen und aktiv auch gesucht wird dazu, weil eben die Erkenntnis auch in der Wissenschaft jetzt da ist, dass der Großteil der globalen Biodiversität befindet sich eben in Regionen, die von indigenen Gemeinschaften bewohnt und genutzt und aber bewahrt werden und dass wir da ganz unglaublich viel lernen können und dass eben das nicht nur so ein Spruch bleibt, sondern dass das in der Praxis dieser politischen Aushandlungen, wie man basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen das voranbringen kann, das Thema eben einfließt, ganz systematisch und ganz immer bei allen Formaten. Ja, ich glaube laut UNO werden 80 Prozent der Biodiversität, der Artenvielfalt durch indigene Gemeinschaften geschützt oder vertreten. Was uns zu der Frage bringt, kann antworten, wer möchte dazu, zu sagen, wir haben ja sozusagen die Konkurrenzen von verschiedenen Rechten, also wenn wir uns die Debatte kritisch angucken, leben wir im Anthropozän mit Anthropozentrismus, also das heißt, das fokussiert sein auf die Rechte und Privilegien des Menschen und der Herrschaft über die Natur oder das Nutzen, auch Ausnutzen, Ausbeuten der Natur. Wenn wir jetzt sozusagen der Natur eigene Rechte einräumen und die Natur als Rechtssubjekt wahrnehmen, Wer trägt dann die Verantwortung und welche Widersprüche entstehen auch, was Interessen angeht? Wir leben in einem globalen Kapitalismus. Wie vereinbaren wir die verschiedenen Ebenen von Rechten, die verschiedenen Interessen? Ja, ich versuche mal eine Antwort. Also man muss sich erstmal im Klaren werden, was heißt eigentlich, dass die Natur eigene Rechte hat, was heißt es, dass ein Ökosystem Rechte hat, ein Fluss, ein Wald, eine Landschaft und erst einmal ist klar, hier ist die Natur ein Rechtssubjekt, nicht mehr nur ein Objekt, über das Rechte ausgeübt wird, sondern ein Subjekt, das eigene Rechte trägt. Ein Wald, ein Fluss ist Trägerin eigener Rechte. Damit sind zwei wichtige Gedanken verbunden. Das eine ist, dass die Natur hier an sich einen Schutz verdient. Also die Natur ist, wenn sie eigene Rechte hat, nicht nur schützenswert, weil sie von Nutzen für Menschen ist, das ist eben diese anthropozentrische Sichtweise, als ob die Natur nur ein Mittel zum Zweck der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ist, sondern die Rechte der Natur heißt, ganz unabhängig von den menschlichen Bedürfnissen kommt der Natur ein eigener Schutz zu. Und daraus ergibt sich ein zweiter Gedanke, dass wir Pflichten gegenüber der Natur haben. Also wir kennen bisher Pflichten eigentlich gegenüber Mitmenschen, gegebenenfalls gegenüber einzelnen Tieren, aber nicht gegenüber einem Fluss oder gegenüber einem Wald. Und das ist eben mit diesem Gedanken der Rechte dann nur Natur verbunden. Wer Rechte hat, dem gegenüber gibt es auch Pflichten. Pflichten zum Beispiel, dass die Natur geschützt wird, erhalten wird, dass um sie gesorgt wird. Das ist alles mit dem Gedanken der Rechte der Natur verbunden. Und ich glaube, bei den Rechten der Natur ist es eben wichtig zu sehen, dass dies eben einklagbare Rechte sind, die notfalls erzwungen werden können, gegen Unternehmen, aber auch gegenüber Regierungen. Und diese Rechte müssen eben auch beschlossen werden von einer Rechtsgemeinschaft, durch Parlamente oder auch, dass Gerichte sie ersetzen oder dass Regierungen sie erlassen. Aber es bedarf eben eines politischen Verfahrens, dass diese Rechte auch gelten. Und es gibt keinen einzigen Fall unter diesen 200 Fällen der Rechte der Natur, wo Staaten, sei es Parlamente, Regierungen oder Gerichte, auf eigene Initiative hin der Natur Rechte verliehen haben. Sondern diese Rechte der Natur sind immer ausnahmslos unter dem Druck der Zivilgesellschaft erst entstanden. Ob das jetzt Spanien oder Ecuador oder Neuseeland waren, es waren immer zivilgesellschaftliche Initiativen, Bewegungen, die überhaupt den Druck aufgebaut haben, dass dann die entsprechenden Parlamente, Regierungen und Gerichte diese Rechte der Natur beschlossen haben. Vielen Dank. Möchte von Ihnen jemand dazu? Ich würde sagen, ja, das ist so. Und gleichzeitig ist das auch sehr widersprüchlich, weil wer bestimmt, also, dass die Erfahrungen, die wir zum Beispiel da in Brasilien haben, Nordbrasilien, Rondonien, dass wir einen Rat haben, einen Rat, mit der Zivilgesellschaft, Indigenen und noch, das sind drei AkteureInnen mindestens, vergessen. Und das heißt, dass wir Menschen, also wir müssen sozusagen, oder machen das, anerkennen, die Rechte der Natur, aber wir sind Menschen. Also das heißt, die Natur selber kann nichts sagen. Und dann kommt, das finde ich auch total interessant, zu sagen, zum Beispiel da in dem Fall, das war eine Initiative von der Zivilgesellschaft, vor allem von den Indigenen, die einen anderen Zugang haben oder ein anderes Verständnis für die Natur haben. Und das ist ein Teil von ihnen. Also das ist, ich glaube, das ist auch hier in der westlichen Gesellschaft sehr schwierig zu verstehen. Was auch schwierig ist. Wir wurden andere sozialisiert und was das bedeutet, also dass die Natur wie ein Verwandt von uns ist. Und das sagen sie auch. Und sie sagen auch, momentan ist die Natur krank. Also, wie sagt man, Terminal, Stadtterminal? Im Endstadium. Im Endstadium. Und dann, das ist schon dieses Bild und das ist für uns wie. Aber klar, wenn man, je nachdem, wo man, aus welchem Kontext man kommt und so, das ist für uns oder für mich auch manche Sachen total selbstverständlich. Aber natürlich ist das hier sehr schwierig, glaube ich, zu verstehen. Und gleichzeitig, wer bestimmt diese Rechte? Das sind die Menschen. Und welche Menschen? Wer hat die Legitimität dafür, die Legitimation dafür? Und vielleicht um das hier uns nüchternen, naturentfernten näher zu bringen, könnte man auch ganz, also ganz basic argumentieren, wir sind alle, also aus der Perspektive der Wissenschaft jetzt wieder, Endprodukte der Evolution. Und wir sind mit Abstand eines der allerjüngsten. Wenn man guckt, wie viele Arten, wie lange, hunderte von Millionen Jahren zum Teil schon auf der Erde sind. und wir mit Ach und Krach mal ein paar Hunderttausend und in dem heutigen Stadium, also wir sind ein Hauch, eine Sekunde nur und nehmen uns das Recht raus, all diese Mitgeschöpfe mal eben uns untertan zu erklären. Das ist unfassbar eigentlich. Und je länger man sich mit den einzelnen Arten und Exemplar oder Individuen beschäftigt, also mir kommt immer häufiger, allein schon im Garten, beim Jäten der Zweifel, wer bin ich, um zu bestimmen, dass dieses Pflänzchen ein Unkraut ist und weg muss, während ich daneben eines gepflanzt habe, was zwar nicht blüht und ich aber trotzdem jede Menge Mühe reinverwende, ihm noch etwas zu entlocken. Aber wer sind wir, dass wir uns anmaßen, obwohl wir wirklich diese Endspitzen des ganzen großen Evolutionsbaums, eine wie die andere sind, das Moos und der Mensch und der Miskäfer oder der Heldbock, dass wir uns so über die stellen. Also ich finde, aus unserem Werdegang sind wir denen doch eigentlich gleichrangig und nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert in der Argumentation so in den westlichen Gesellschaften, aber ich finde das auch eben mit dem Hintergrund der gemeinsamen Evolution total naheliegend. Mir fiel dazu ein, um vielleicht etwas ein bisschen plastischer zu machen. Ich habe in der Vorbereitung auf die Moderation Beiträge gesehen von indigenen Gemeinschaften in den USA eine Gemeinschaft, die sehr eng mit Schafen zusammenlebt und die diese Schafe auch als Teil ihrer Ahnen wahrnimmt, da einen gewissen Reinkarnationsglauben auch hat und sozusagen die Verbindung ist so innig, dass sozusagen Menschen und Schafe so eng zusammengelebt haben, dass sozusagen die Biome sich vermischt haben. Also das heißt, wirklich die integralen sozusagen Bakterien innerhalb der Menschen sind sozusagen verbunden mit den Schafen und diese Gemeinschaften werden krank, wenn sie nicht mit ihren Ahnen zusammenleben. Und in Europa oder im westlichen, globalen Norden setzt sich das mehr und mehr durch, dass wir so etwas wie ein zweites Gehirn haben und sozusagen die Darmflora eine enorme Wichtigkeit hat neben dem kognitiven Gehirn. Aber ich fand das sehr eindrücklich, diese Erläuterungen zu erleben und zu sagen, das macht uns krank, wenn wir nicht mit unserer Familie, mit denen, mit denen wir sozusagen sonst umgeben sind, zusammenleben. Also als kurzer Zwischenschritt vielleicht als Verbindung. Genau, womit wir auch bei den Verbindungen wären. uns und auch den utopischen Raum interessiert, wie wir solidarisches Handeln ermöglichen, neben all dieser Pluralität von Lebenswelten, Lebensweisen, aber auch Sichtweisen. Ja, wie kann die Übertragung auch zwischen verschiedenen Disziplinen aussehen, zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, indigenen Gemeinschaften? Welche Vorstellungen, welche Impulse haben Sie? Da Sie mich anschauen, versuche ich eine Antwort. Also zum einen finde ich, wir sollten alle an einem Strang ziehen. Also unser Ziel sind Rechte der Natur und niemand sollte einen Keil zwischen uns treiben, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben über die Rechte der Natur. Das ist ein gemeinsames Ziel, aus dem man sich aus verschiedenen Richtungen zubewegen kann. und innerhalb der Bewegung der Rechte der Natur gibt es eben schon einen großen Unterschied, den ich vorhin ansprach, dass die eine Auffassung sagte, die Natur hat Rechte ganz unabhängig von Menschen. Sie hat einfach Rechte. Das ist in Lateinamerika weiter verbreitet. Aber der Fall in Neuseeland ist ein anderer und auch in den USA, die viele Fälle, die es in den USA gibt, auf der Ebene der Communities, also auf einer lokalen Ebene, da werden Rechte, die Menschen haben, auf die Natur übertragen. Das ist ein ganz anderer Fall. Aber es ist das gleiche Ziel. Ökosysteme bekommen eigene Rechte. Ich vertrete eher die zweite Sichtweise zu sagen, dass der Natur Rechte übertragen werden, die wir kennen. Zum Beispiel Eigentumsrechte oder Vertretungsrechte vor Gerichten. Und ich würde sagen, ganz wichtig ist mit den Rechten der Natur, dass es da immer auch um die Stiftung eines alternativen Naturverhältnisses gibt. Es geht auch darum, dass wir lernen, ein nicht extraktives Verhältnis zur Natur zu gewinnen. Und dafür sind die Rechte der Natur vor allem da. Aber ich sage mal, worin die Schwierigkeit auch besteht. Wenn wir nämlich sagen, es gibt ein nicht extraktives Verhältnis zur Natur und die Natur ist auf Augenhöhe mit Menschen. Sie hat die gleichen Rechte wie die Menschen auch. Dann wird eine Augenhöhe, gleiche Augenhöhe hergestellt. dann muss man genau schauen, was mit dieser Gleichheit eigentlich gemeint ist. Und also diese Tradition der Rechte der Natur in Neuseeland, wo man sagt, der Natur werden die Rechte der Menschen auf die Ökosysteme übertragen, sagen, ja, es gibt eine Gleichheit und es gibt auch eine Einheit zwischen Natur und Mensch. Und diese Einheit besteht in der gemeinsamen Rechtsgemeinschaft. weil die Natur, weil ein Wald, weil Flüsse die gleichen Mitglieder sind in einer Rechtsgemeinschaft wie Bürgerinnen und Bürger, besteht eine Gleichheit zwischen ihnen. Und deswegen können Menschen eben auch nicht über die Natur frei verfügen, in Form eines Eigentumsrechts zum Beispiel. Genauso wenig wie Bürgerinnen über sich gegenseitig als Eigentümerin verfügen können. Das heißt aber, dass es, obwohl es diese Gleichheit gibt zwischen Ökosystem und Menschen, dass es dennoch Raum für einen Unterschied ist. Und zwar hinsichtlich, und ich weiß, da kommt Widerspruch, hinsichtlich des Wertes. Weil ich würde nicht sagen, dass jede Natur den gleichen Wert hat wie ein Mensch. Ich würde nicht sagen, der Regenwurm hat den gleichen Wert wie ein Menschenleben. Es gibt so etwas wie eine menschliche Würde, die das menschliche Leben unantastbar macht. Und ich glaube, das ist viel wert und diesen Gedanken sollte man nicht aufgeben. Und die Herausforderung besteht eben beides zu vereinen, zu sagen, es gibt Rechte der Natur, die eine Gleichheit mit der Natur herstellt, ohne dass weiterhin die Natur einfach nur ein Objekt von Herrschaft, von Eigentum zum Beispiel ist. und dennoch gibt es einen Unterschied in dieser singulären Würde des Menschen. Und das Problem, und ich glaube, dass hier eine Asymmetrie besteht, können Sie auch daran einfach sehen, egal was wir jetzt hier gerade vor uns haben, sei es ein Flaschenöffner, sei es Technik, sei es Wasser, der Stuhl, Kleidung, das sind alles letztendlich Ressourcen der Natur und die verwerten wir nun mal. und in komplexen globalen Gesellschaften ist es ganz schwer, diese feinen, diese differenzierten arbeitsteiligen Prozesse dann zu organisieren, wenn wir sagen, jeder Baum, der jetzt in einen Flaschenöffner eingeht, muss vertreten werden. Umgekehrt hat die Natur eben kein Recht an den Menschen. Ich bin ganz froh, dass ich nicht von der Natur als Flaschenöffner bearbeitet werde, sondern dass es einen unbedingten Schutz des menschlichen Lebens gibt. Also deswegen beides gleichzeitig. Irgendwie gibt es ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Natur und Mensch, das darf aber nicht dazu führen, dass der Mensch über die Natur einfach herrscht, sondern es muss eine Gleichheit hergestellt werden durch Eigenrechte der Natur, die es den Menschen verbietet, ihnen einfach die Natur einfach nur als ein Objekt von Eigentumsrechten beispielsweise zu begreifen. Ich sehe eine Meldung aus dem Publikum. Ist das jetzt direkt hierzu? Dann bräuchten wir glaube ich noch ein Saal-Mikro. Achso, geht auch später? Wenn das jetzt direkt dazu ist, können wir auch gerne öffnen. Ja? Mein Name ist Georg Korn-Trich, Studienleiter für Wirtschaft und Finanzen hier in der Nachbarschaft im Haus in der Katholischen Akademie und schon seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit diesem Buch Jens Kersten, das ökologische Grundgesetz. Müssen die jetzt nicht alle gleich gelesen haben, aber er argumentiert ganz anders. als wir als sozusagen Erben der europäischen Aufklärung haben wir eben genau dieses Verhältnis zur Natur so nicht. Wir müssten und das in unseren Umweltschutzgesetzen ist es immer nur argumentiert als Grundlage für uns und das empfindet er als sehr schwach für den Schutz der Natur oder die Gerichte der Natur und sagt dann also wir nutzen das Recht um mandatorisch für die Natur sozusagen eintreten zu können weil das die bessere Argumentation ist der Natur Eigenrechte zu geben und das ist eine andere Argumentation als die 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 Indigenen lange in vielen Orten der Welt bewahrt haben das was wir durch unsere europäische Aufklärung verloren haben insofern ist das auch ein utopischer Versuch dass unser Grundgesetz so zu durchforsten dass daraus ein ökologisches Grund gesetzt wird vielleicht kann man auch sagen mittlerweile sind wir auch alle ein Punkt wo niemand mehr leugnen kann dass unser bedenkenloses Eingreifen in alle Bereiche und Nutzen aller Ressourcen dass das so ewig weitergeht also wir sind ja nun mal eben auch Menschen und können denken und können verstehen was da passiert und wir haben ja in der Wissenschaft auch das Gaia-Prinzip oder die Gaia-Hypothese die jetzt nicht in der Tiefe der Erde als einem lebendigen Gesamtsystem von allen so mitgetragen wird aber die Erdsysteme die eng verflochten mit tausend Wechselwirkungen Abhängigkeiten ein großes miteinander verknüpftes System darstellen und wenn wir eben an ganz vielen Schrauben oder Netzstreben abschneiden ausschalten überdrehen dass dieses System dann irgendwann uns auch nicht mehr trägt das also na gut schaut man die Tagespolitik fragt man wie weit das überall angekommen ist aber leugnen kann man das eigentlich ja nicht mehr dazu sind die Fakten da die Daten die Analysen die Modellierungen und das nicht basierend auf dieser globalen Erkenntnis endlich dass sich durchsetzt dass wir der Natur wenn schon nicht um ihrer Selbstwillen und ihrer Rechte diese Rechte des Fortbestehens zugestehen sondern dass sie uns dann auch nicht mehr tragen kann da sind wir wieder beim anthropozentischen Ansatz aber letztendlich fallen wir dahinter ja auch runter wenn wir der Natur nicht ihre Rechte geben dann gibt es auch kein weiter so für uns mehr also es muss ein miteinander sein damit wir bestehen können und diese Gleichheit müssen wir irgendwie wiederherstellen ja da bräuchten wir noch ein Michael Götze das ist eigentlich nur eine kurze Frage also ich habe Ihre Anmerkung sehr gut verstanden dass Sie sagen die Natur kann sich ja selber nicht ausdrücken ja und mich würde jetzt mal interessieren zum Beispiel wie ist denn das mit dem Fluss da in Neuseeland sagen Sie doch mal was sind die Rechte von dem was hat man denn da formuliert ich würde es gerne mal wissen ich will nicht dreckig sein ich will Fische in mir haben ich will keine Schnellboote auf mir haben drumherum Wälder oder wie sieht das aus also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen ich wäre danke dankbar wenn es da paar erläuternde Informationen geben ja ich habe das jetzt nicht alles im Kopf aber das war zum Beispiel auch der Fall ich gebe jetzt Brasilienes Beispiel da in Nordbrasilien genau und das ist so dass der Fluss fließen darf und das ist alles so im System und ich kann das selber lesen also jetzt habe ich nicht hier aber das ist so wie das bestimmt wurde auch und ja ich kann das auch wenn ich kann ich jetzt suchen wenn niemand weiß dann habe ich das vielleicht darf ich daran anschließen also in Neuseeland beim Wanganui River ist das der Fall dass der Fluss die gleichen Rechte hat wie die Anwohnerinnen zum Beispiel und deshalb dürfen die Anwohnerinnen und andere auch Neuseelanderinnen auch Touristen diesen Fluss nutzen also dass die Natur eigene Rechte hat heißt nicht dass Menschen von der Nutzung der Natur ausgeschlossen sind der Punkt ist aber dass Menschen diesen Fluss nur nutzen dürfen unter den Bedingungen der Nachhaltigkeit das heißt der Fluss muss erhalten bleiben er muss erhalten bleiben im ursprünglichen Flussbett er muss erhalten werden was die Wasserqualität betrifft er muss erhalten werden was die angrenzenden Uferpflanzen betrifft er muss erhalten werden was den Sand betrifft das heißt nicht dass man sozusagen auch Sand von dem Fluss abbauen darf aber eben nur in einem sehr beschränkten Maße einfach dass eben das Ökosystem nicht gefährdet ist also es ist sowohl Nutzung als auch eine Nachhaltigkeit die auf den Erhalt des jeweiligen Ökosystem zielt Also du gefragt hast wie man sich vorstellen kann also was man machen kann da habe ich an Lieferketten gesetzt hier in Deutschland in dem Fall gedacht also ich glaube das Ziel ist vor allem dass die Menschenrechte auch respektiert werden und aber man hat nichts über die Natur in dem Sinn das ist immer so wie die Natur benutzt ausgebeutet wird aber immer in Bezug also auf den Menschen also das ist schon etwas anderes und ich glaube das wäre total wichtig das wäre ein wichtiges Instrument auch für die Natur und nicht zu sagen wir schützen oder wir sind davon betroffen auch was sie gesagt haben wegen Extraktivismus und ich glaube aber das ist immer so wer kann das sagen das ist vor allem die die davon also direkt betroffen sind die keine Stimme haben und das ist auch deswegen ich würde sagen hier Sie können sich darüber informieren was das heißt hier dieses Lieferkette Gesetz in Deutschland und auch hier in Europa das war auch ein Kampf also das war wirklich ein Kampf und man ist immer noch nicht damit zufrieden und auch was ich auch interessant finde wenn man auch über die Rechte der Natur redet das heißt nicht weil auch wenn wir diese Rechte haben dass sie angehalten werden weil also wir haben auch die Menschenrechte und wie viele Menschenrechtler bedroht werden und einfach ja alles möglich also getötet werden und gebracht werden das heißt sie sind da man hat dieses Instrument aber das ist keine Garantie auch aber das ist auch wichtig trotzdem zu haben würde ich sagen wir versuchen mich ganz kurz zu fassen ich wollte auch eigentlich anknüpfen an das Thema was der Herr gemeint hat also Jens Kersten die Vorstellung also bei ihm finde ich sehr gut dass er also die Vorstellung hat wenn eine Aktiengesellschaft eine AG also oder eine GmbH also Rechte wie Personen hat warum nicht auch Rechte also für Tiere und Pflanzen und anknüpfen konnte man bei uns an Artikel 14 ist das glaube ich Eigentumsverpflichtung ja dass eben also wir auch in die Richtung uns bewegen können dann wollte ich ganz kurz anfangen wie ist es mit dem Begriff Ökozid also das ist auch ein Begriff der dafür sorgen würde dass endlich der Raubbau der Schaden der angerichtet wird gestoppt wird dass eben Zerstörung der Natur und unserer Umwelt justiziabel wird also wäre das eine ergänzende Idee oder wäre das ein ganz anderer Ansatz in der Richtung kurz nur kommentieren ich finde das interessant weil man redet von Ökozid klar aber das ist immer weil wir uns bedroht fühlen und wenn man mit den Leuten sprechen ich sage nur von Indigenen es gibt Afrodiasper als möglich es sind verschiedene gesellschaftlichen Gruppen da also überall auf der ganzen Welt würde ich sagen und dann sagen sie wir sterben aus aber die Natur kann sich regenerieren also und das finde ich auch ja deswegen habe ich auch gesagt wir sind nicht so wichtig wie wir denken und was man auch unter Natur versteht also wir sind nicht so wichtig wie wir denken also wir sind jedenfalls so wichtig dass wir jedes einzelne Menschenleben schützen und das ist schon sehr viel wert einfach also aber ich möchte noch mal aufgreifen was die Beitragenden gesagt haben die der wichtige Unterschied ist dass wir die bisherigen rechte die wir haben auch in der bundesrepublik das sind eben Schutzrechte das sind Artenschutzrechte Naturschutzrechte Umweltschutzrechte und möglichst auch ein Klimaschutzrechte und das verleiht dann einer Tierart oder einem Wald einen gewissen Schutz aber letztendlich wenn es hart auf hart kommt irgendwie kann es weg haben wir auch gesehen in den Fotos es gibt Artenschutz dann gibt es zu schützende Käfer und Fledermause wenn es aber ein wirtschaftliches Interesse gibt irgendwie weg damit einfach und das ist mit den Rechten der Natur wo diese Tierarten beispielsweise selbst Trägerinnen von Rechten sind nicht mehr so einfach weil es da eben um den Erhalt geht und wenn der Erhalt einer Tierart gefährdet ist da kann kein Unternehmen der Welt einen Wald abholzen das eben zu dem Erlöschen dieser Tierart führen würde und das ist glaube ich auch der Punkt den Jens Kersten in diesem wirklich sehr guten Buch machte dass es eben darum geht der Natur in den Verfassungen in Deutschland in den Grundgesetzen einen Subjekt Status zu verleihen und wenn man sich genauer anschaut was sind das eigentlich für Rechtskonflikte wenn wir von Ökologiekrisen sprechen und sei es der Klimawandel sei es das Artensterben sei es die Globalvermüllung oder die Ressourcenerschöpfung und das sind in der Regel Konflikte zwischen Nachhaltigkeitsbelangen auf der einen Seite und Eigentumsrechten auf der anderen auf der anderen Seite es sind in der Regel immer Eigentumsrechte weil ein Unternehmen oder ein Staat die entsprechenden Eigentumsrechte geltend macht der Wald gehört uns mit dem können wir machen was wir wollen und dann gibt es Schutzrechte die zählen aber nicht so viel Eigentum ist ein wahnsinnig starkes Recht und das wird in den Konflikten denken sie am Hambacher Forst irgendwie immer durchgesetzt einfach so und jetzt kann man sagen wenn der Eigentumsschutz so viel stärker ist als die Schutzrechte Klimaschutzrechte Artenschutzrechte Naturschutzrechte dann liegt es doch nahe dass wir uns diesen starken Eigentumsschutz zu Nutze machen für eine ökologische Nachhaltigkeit verleihen wir doch der Natur eigene Eigentumsrechte und wenn ein Unternehmen dann einen Wald abholzen will in Berufung auf die eigenen Eigentumsrechte kann man sagen nee nee das wäre eine Eigentumsverletzung und es gibt einen sehr starken Eigentumsschutz der es in diesem Fall verbietet diesen Wald abzuholzen ich habe zwei Meldungen gesehen im Publikum da hinten links und genau und dann nochmal der Herr Ja erst mal kurz auf diesen einen Beitrag zurückzukommen also der Grund glaube ich warum eine Aktiengesellschaft und andere Gesellschaftsformen ein eigenes Recht haben ist weil sie sich selbst vertreten können jetzt nicht als Kollektivding sondern halt durch Personen weil die Eigentümer haben ich glaube da ist so ein bisschen das Problem in diesem Vergleich aber meine Frage wäre eigentlich also wenn sie sagen man soll diese subjektiven Rechte für die Natur einführen das ist im Grunde ein Eigentumsrecht beziehungsweise halt so ein Schutzrecht von sich selbst ist inwiefern verändert das wirklich den Rechtsstatus weil derzeit ist es ja so dass es diese Schutzrechte gibt und die sind würde ich auch sagen eigentlich in unserer also in unserer Rechtsform zumindest relativ stark wir haben ja Artikel 20a wir haben das Urteil des Verfassungsgerichts dass zukünftige Generationen im Grunde Rechte haben jetzt und wir haben noch weitere Rechte auf EU-Level und so weiter zum Artenschutz die im Grunde ja eigentlich genau das machen dass sie genau wie sie sagen dass sie solche Schutzrechte aussprechen die auch eigentlich nicht gebrochen werden dürfen der Grund warum sie gebrochen werden ist weil immer eine Abwägung gemacht wird weil Rechte miteinander kollidieren das sagen sie ja auch aber inwiefern ist das jetzt eine Aufwertung in irgendeiner Art und Weise wenn man jetzt so ein subjektives sagen wir Eigentumsrecht oder Rechtsstatus jetzt irgendwelchen Naturregionen oder Natursubjekten sagen wir mal oder Objekten ja eigentlich verleiht inwiefern verändert das real was weil die letztendliche Entscheidung darüber wie dieser Rechtsstatus gewichtet wird liegt ja bei einmal Gerichten und bei der Politik und ist nicht im Grunde diese Diskussion über den Rechtsstatus über irgendwelche Rechtstexte genau das Problem dass man sich darauf fokussiert während doch das eigentliche Problem dahinter warum der Rechtsstatus auch durchgehend gebrochen wird weil Fechenheimer Wald war im Grunde ein Rechtsbruch auch Lützerath oder Hambacher Forst waren im Grunde Rechtsbrüche ist nicht das grundlegende Problem dahinter also die Eigentumslogik die sie nennen die sie ja irgendwie positiv umwandeln wollen aber die ja gerade das Problem ist und auch die würde ich mal sagen technische Funktionslogik im Staat auch das eigentliche Problem das man dadurch eigentlich ignoriert und stattdessen halt diese Diskussion über also Rechtsstatus führt Möchten Sie erst antworten bevor wir zur nächsten Frage weitergehen Ich kann schnell antworten aber ja ganz richtig es gibt diese Schutzrechte aber merkwürdigerweise haben die immer sozusagen das Nachsehen also wenn es hart auf hart kommt und wie gesagt es sind insbesondere Eigentumsrechte auf die sich dann Unternehmen oder Gemeinden und der Staat berufen um diese Schutzrechte auszuhebeln und der Gedanke ist eben einfach man kann jetzt entweder sagen okay dann schaffen wir Eigentumsrechte ab Ich glaube da gibt es sachliche Probleme aber vor allem das Problem wenn Sie diesen Vorschlag unterbreiten haben Sie mindestens 95% der Zuhörerschaft verloren aus schlichterdings Verlustängsten einfach und der Punkt ist zu sagen wir machen uns einfach diesen starken Eigentumsschutz zu Nutze wenn ein Fluss sich selbst gehört wenn einem Fluss einem Ökosystem das Wasser gehört die Fische den Sand dann nutzen Menschen immer auch fremdes Eigentum und jedes fremde Eigentum verpflichtet die Nutzerinnen es sorgfältig und nachhaltig zu nutzen wenn Sie ein Buch aus einer öffentlichen Bibliotheke ausleihen dann dürfen Sie dieses Buch nutzen aber Sie dürfen es nicht weiterverkaufen Sie dürfen es nicht zerreißen verbrennen oder Anstreichungen machen Sie müssen es sorgfältig nutzen und wieder zurückbringen und genauso gilt es auch mit natürlichen Gütern Menschen dürfen sie nutzen aber immer nur nachhaltig so dass ihr Erhalt garantiert ist und ich glaube bei einem Streit der verschiedenen Konzepte der Rechte der Natur ist den Rechten der Natur immer eins gemeinsam es geht um den unbedingten Schutz des Erhalts eines Ökosystems oder einer Tierart Sie können ihn nutzen aber er muss letztendlich erhalten bleiben der Fluss oder der Wald das ist bei den Schutzrechten nicht der Fall einfach ein Wald kann geschützt sein und dann gibt es wirtschaftliche Interessen die werden legitimiert durch Eigentumsrechte und der Wald wird gerodet und der Unterschied ist eben dieser Subjektstatus den es eben im Artikel 20a nicht gibt und Jens Kersten weist sehr schön darauf hin dass merkwürdigerweise dies der einzige Artikel im Grundgesetz ist wo ganz kompliziert über den Rechtsstatus gesprochen wird wo man den Verdacht hegt hier sagt der Gesetzgeber die Natur darf auf keinen Fall Rechtsträgerin werden und auch ich frage mich beim Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts ja natürlich war das ein wahnsinniger Erfolg aber was folgt daraus was hat sich denn groß geändert und ich glaube das sind sozusagen Etappenerfolge einfach aber wir stehen so unter extrem Zeitdruck einfach dass wir sozusagen Fortschritte erzielen müssen und ich glaube und da kann man eben von den bestehenden Fällen lernen siehe Ecuador wo ein milliardenschwerer Konzern über Nacht einpacken musste entschädigungslos das sind scharfe Schwerte vielleicht noch auf dem Weg hin was mir noch in der weiten Ferne zu liegen scheint dass diese Rechte dann zuerkannt werden sei es die eigenen Rechte um ihre Selbstwillen oder eben Eigentum ihrer selbst und deshalb einzubeziehen eine Krücke oder eine Zwischenetappe wäre vielleicht auch was in den letzten Jahren viel diskutiert wird der Wert der Natur also wiederum der monetäre Wert wieder antroprozentischer Ansatz aber bisher kostet es eben nichts Natur zu nutzen der Ansatz da ist mittlerweile dass berechnet wird was diese Natur wert ist auch wiederum in dem Nutzen den sie Potenzial für den Menschen erbringt sogenannte Ökosystemleistungen und dass dann zumindest so viel bezahlt werden muss um diese Leistungen irgendwie wettzumachen oder anderswo wieder herzustellen und es nicht einfach kostenlos ist diese Natur zu zerstören das ist wie gesagt auch wieder sehr anthropozentisch und nur eine Zwischenlösung aber solange eben Natur kostenlos verfügbar ist ist ihr Wert in der Wirtschaftslogik wo es eben immer um Geldwerte und sowas geht damit irgendwas eingehen kann auch in Bilanzierungen und diese Finanzsysteme ist dass man zumindest bezahlen muss wenn man etwas zerstört und dass das dann irgendwann so teuer werden muss je knapper es ja auch wird Natur wird überall knapp je besser ihr Zustand ist es so seltener und dass die Kosten diese zu zerstören und zu nutzen irgendwann so hoch werden dass das ein realer Aspekt ist wenn Unternehmen Natur nutzen und zerstören wollen und das ist vielleicht in Schritten näher realisierbar Ausgleichszahlungen gibt es ja schon in geringem Umfang die auch nicht dazu geeignet sind meist die zerstörte Natur voll und ganz zu ersetzen aber zumindest diese Helmschwelle der Zerstörung höher legen und vielleicht ist das ja eine Etappe dahin Darf ich ganz kurz dazu etwas sagen und aufgreifen also ich glaube wie gesagt ökologische Krisen gehen im Grunde sehr häufig auf bestehende Eigentumsrechte zurück weil diese Eigentumsrechte Menschen dazu befugen erstens so heißt es im bürgerlichen Gesetzbuch Paragraf 903 nach Belieben damit umgehen zu können als könnten wir die Natur so gehen und verbrauchen wie wir unsere Kleider gebrauchen und verbrauchen einfach also das ist das erste Problem dass das bestehende Eigentum immer sozusagen diese freie Verfügbarkeit an der Natur erlaubt das zweite Problem ist eben dass diese Eigentumsrechte eben diese sehr starke Geltung haben dass eben Schutzrechte immer ausgehöbelt werden und das dritte Problem ist das von Ihnen genannte Problem dass die Natur scheinbar nichts kostet weil unsere Eigentumsvorstellungen bestehenden Eigentumsvorstellungen diesen Eindruck erwecken ja also natürlich Ressourcen gehören einem Staat oder eine Gemeinde oder Privatperson aber davor hat die Natur niemanden gehört irgendwie im Grunde ist das eine eigentumslose Sache die können sich Menschen einfach aneignen irgendwie wie ein Selbstbedienungsladen einfach und das ist eine falsche Vorstellung die Natur hat Eigentumsrechte sie gehört sich selbst und bevor Menschen überhaupt ihre Natur ihre Eigentumsrechte anwenden auf sie ist die Natur schon fremdes Eigentum dass die Menschen sich nicht einfach frei aneignen können und daraus ergibt sich dann eben auch der Gedanke dass die Natur bepreist wird weil wenn sie fremdes Eigentum nutzen sei es öffentliche Verkehrsmittel oder das Bibliotheksbuch dann darf erwartet werden dass sie eine geringe Gebühr dafür bezahlen eine Gebühr die dafür sinnvoll eingesetzt werden kann um diese jeweilige Institution öffentlichen Verkehr oder eine Bibliothek zu erhalten und genauso müsste bei der Naturnutzung eine Gebühr anfallen weil es sich um die Nutzung fremden Eigentums handelt eine Gebühr die eingesetzt werden kann erstens für die Entwicklung und Anwendung von nachhaltigen Maßnahmen dass eben die Natur erhalten bleibt aber auch eingesetzt werden kann für die Sozialverträglichkeit der ökologischen Transformation und ganz wichtig es darf man nicht vergessen Gerichtsverfahren sind teuer und wer bezahlt denn dann die stellvertretenden Klägerinnen für die Natur aus diesen Gebühren die anfallen bei der Nutzung natürlicher Ressourcen ich möchte gerne etwas sagen weil ich glaube ich habe gerade an dieser Kompensationspolitik oder was man heutzutage hat das heißt man kompensiert man macht das weiter man ausbeutet also man beutet aus und dann und wer dafür zahlt das ist also das ist wirklich die Praxis momentan dass diese Unternehmen die wirklich sehr viel Geld haben die können bestimmen sie machen das okay und gleichzeitig kann ich zum Beispiel auch ein Projekt im globalen Süden finanzieren und dann habe ich auch und kann ich trotzdem weitermachen und das ist ein bisschen gefährlich auch also ich glaube man muss auch erstens wer ist in der Lage überhaupt das Ganze zu finanzieren also und das auch ich glaube das hat auch viel damit zu tun was man unter Natur versteht und wie sie gerade präsentiert haben ist das so für mich mindestens so wie eine Trennung der Menschen und der Natur und das muss nicht unbedingt so sein also ich glaube oder ich mindestens fühle mich auch als Teil der Natur ich glaube nicht dass ich mich von der oder trennen kann oder will also ich finde das ein bisschen schwierig ich finde das auch das muss man auch in Frage stellen was das bedeutet heutzutage normalerweise dafür zeigt das das globale Süd obwohl wir weniger diese ganze Verschmutzung und alles mögliche verursachen und trotzdem also genau ich wollte einen kurzen Zwischenkommentar machen um sozusagen ihr Argument nochmal aufzugreifen und zu sagen wenn wir von Eigentumsrechten sprechen und Nutzung oder Zahlen für die Nutzung der Natur dann sind wir auch in Debatten rund um Postkolonialismus und Kolonialismus zu sagen wer trägt die Verantwortung auch für vergangene Verbrechen für Ausbeutung der Natur also wie soll das dann eingepreist werden wenn wir also wenn wir davon ausgehen dass wir eine Unterteilung haben zwischen globalen Norden und Süden und im globalen Norden Ressourcen akkumuliert wurden aufgrund der Ausbeutung von Menschen und Natur dann muss sozusagen die Kompensationspolitik viel globaler sozusagen ansetzen und dann muss es Kompensationen auch dafür geben also nur als um das nochmal den Rahmen nochmal globaler zu ziehen und perspektivisch auch dahin zu kommen zu gucken wo können wir auch Solidaritäten schaffen oder wo haben wir Wissen dass woanders Erfahrungen sozusagen vorangetrieben wurde wo gibt es widerständige Bewegungen von denen wir lernen können um die eigene Perspektive nicht als absolut zu setzen und bestimmte Epistemologien weiterzuführen die sozusagen uns in diese Sackgasse geführt haben ich habe drei Meldungen im Publikum gesehen jetzt vier mittlerweile genau Entschuldigung dass mich schon wieder ich habe mich viel früher zu Wort gemeldet ich wollte eigentlich auf zwei Schienen zurückkommen wir sollten einfach diese Tradition der Indigenen wertschätzen und dann dass wir in einer ganz anderen historischen und kulturellen Situation unsere zu indigene Zivilisation sozusagen dass das zwei Schienen sind und das schwierig ist sie zu vermitteln zuvor war dann die Frage Wertsetzung der Natur oder Ökosystem Dienstleistungen ich habe mal eine Veranstaltung dazu gemacht und man schätzt in etwa die Ökosystem Dienstleistungen sind mehr als das Doppelte das BIP oder GDP oder global oder regional dann können wir uns eigentlich fragen ja dann sind diese ganzen wirtschaftlichen Argumente dahin wenn wir das ernst nehmen würden nehmen wir aber nicht ernst sondern das ist eher ein politisches Argument und wenn wir auf die Eigentumsrechte zu sprechen kommen wir sind hier im historischen Museum im Mittelalter war ein wie wurde Eigentum begründet so das allgemeine da gab es ja viele Almenten auch noch zu Eigentum wie viel Privateigentum durfte jemand haben und da war das Argument so dass die Person mit der Familie sozusagen sicher leben kann und das ist der Freiheit Argument da drin im Mittelalter und die Klimaklagen also vertreten von Roda Verheyen mit den Schülern und der jungen Generation von Wellborn jedenfalls diesen Inseln und diesen Warften zwar Recht auf Zukunft und dieses Recht auf Zukunft das gilt das steht jetzt im Grundgesetz dass dann am Tag danach ja wir müssen das Klimapäckchen nach bessern oder so das ist eine andere Geschichte aber es sind nach wie vor in der Politik so viele Interessen und wir müssen haben eigentlich die Aufgabe die vielen schlechten Argumente denen zu entkräften es geht um Legitimation wie übrigens auch bei der letzten friedlichen Revolution in Deutschland genau also es ging jetzt eigentlich nur um diese monetäre Idee oder diese Argumentation und an sich verstehe ich das voll dass man das probiert in einem kapitalistischen System irgendwie Rechte irgendwie oder das möglich machen zu wollen und gleichzeitig finde ich aber diese Idee das mit Geld zu lösen ja eigentlich nun einspeisen in das System statt zu schauen wie wir das irgendwie abbauen können also sich halt Alternativen zu suchen wer kann denn dann am Ende noch für die Natur zahlen also ich finde diese Argumentation auch sehr gefährlich auf eine Art Ja ich habe auch noch eine Frage an Sie alle auf der einen Seite also für mich als ich das zum ersten Mal gehört habe Recht der Natur also zum Subjekt zu erklären hat mich das erst mal sehr 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 angesprochen ich begreife es als Vehikel oder als Schwert in einem politischen Kampf zur Durchsetzung von zur Erhaltung von ökologischen Systemen und ich wünsche mir natürlich dass es ein scharfes Schwert ist aber was ich mich frage trägt das nicht noch weiter zu dieser Trennungswahrnehmung bei also hier die Natur da die Umwelt hier der Mensch also statt mit allen Kräften daran zu arbeiten dass wir uns als Teil von Natur und damit auch dass jeder Tod eines Käfers praktisch da geht es um unser aller Lebensgrundlagen also an diesen Begrifflichkeiten auch zu arbeiten Umweltschutz ist es wirklich Umweltschutz oder geht es da um Schutz von allem was hier lebt genauso wie Naturschutz also das ist ist das nicht auch etwas was weiterhin diese Trennung auch im Bewusstsein im Begreifen aufrechterhält also ja Frage so dazu anschließend so ein bisschen Hallo ja dazu wenn man sieht da dieser Ursprung von der Durchsetzung von rechter Natur in Lateinamerika muss man auf diese Buen-Bibir-Konzept eingehen und bei dem Buen-Bibir oder gutes Leben ist der Mensch auch Teil der Natur und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zum Umweltschutz oder Schutz von Naturschutzgebieten wo oft es war so früher gedacht dass der Mensch nicht dazu gehört und der Mensch sollte nicht sozusagen ein Teil von diesen Naturschutzgebieten eingeplant werden zum Beispiel der Manu-Nationalpaar wurde gedacht als Naturschutzgebiet aber hat man nicht daran gedacht dass es dann indigene Völker da lebten ich wollte so eine Sache sagen wenn die Natur dann Rechte hätte dann mussten wir auch unsere Art von Leben ändern denke ich und das ist die Philosophie des OMB-Bibirs denke ich aus Lateinamerika und ich merke dass als Lateinamerikanerinnen haben wir auch darüber diskutiert wie schwierig so ist durchzusetzen so ein gutes Leben im Einklang der Natur und mit begrenztem Wachstum Julia Kromer ich stelle immer wieder fest dass ein bisschen die was die Wissenschaft hier macht kommt nicht an bei den Menschen das wäre so ein Challenge so eine Herausforderung sozusagen das verständlich zu machen für alle Menschen und Bianca du hast gesagt du fühlst dich als Teil der Natur und das finde ich sehr interessant ich forsche über die plantaguernden oder wie wir die Pflanzen wahrnehmen und wertschätzen und dann gab es eine Studie wo das ist ein Problem mehr von dem globalen Norden und nicht vom globalen Süden und das ist so oft viele Diskussionen werden auf diesen Sicht des globalen Norden und wir unsere Stimme werden auch vergessen ich hätte mich auch gerne hier ein bisschen mehr von Lateinamerika gewünscht bei dieser Diskussion weil ich glaube oder Ubuntu oder Afrika das sind so viele Konzepte weltweit die diese rechte Natur bewegen und ja das war sonst wird so lange ja vielleicht auf die Anregung hin die Stimme der Wissenschaft ob sie denn wirklich die Lösung hat oder nicht sei dahingestellt oder welche die richtige Lösung ist Bepreisung der Natur als Krück als Zwischenlösung oder so aber ja genau das also wir sitzen ratlos ich meine ich mal auch seit 15 Jahren solche Veranstaltungen wie retten wir die Biodiversität wir wissen alles warum handeln wir nicht wie überwinden wir diese Kluft einerseits zu verstehen das muss dringend was passieren die Zeit läuft ab und die andere aber keiner will sein Leben also die Breite der Gesellschaft will das Leben eher nicht ändern sondern so weitermachen wie bisher ich weiß es nicht also ich bin dankbar für jede Anregung für jedes Format für jede Kommunikationsweise Anstoß was man neu probieren könnte umsetzen wer immer Ideen hat immer her damit wir probieren das ist total gerne aus weil man ist ratlos man hat ja jeden Tag diese Daten und Fakten auf den Tisch tausendfach in immer neuen fundierten Papern bestätigten Modellierungen und es passiert einfach nichts und auch die die Politik ich meine wir sind eine wissenschaftsbasierte Gesellschaft das sagen auch alle Parteien aber wenn es da mal heißt hier alle Experten sagen seit 50 Jahren der Klimawandel ist real es muss was passieren und was passiert also immer her wer noch eine zündende Idee hat wie man es machen könnte ich weiß es auch nicht mehr ich wollte gerne einiges verbinden weil natürlich also dieses Podium findet in einem bestimmten hegemonialen Rahmen statt spiegelt bestimmte Machtverhältnisse wieder wir haben Wissenschaftsepistemologien die dominieren die anerkannt sind bestimmte Stimmen Diskurse Arten zu sprechen die mehr gehört werden als andere die mehr gekannt werden auch mehr über Medien verbreitet werden und andere sind sozusagen unterrepräsentiert also entweder als Personen aber auch als Kollektive und danke für den Hinweis auf Ubuntu da gibt es ja auch eine Sektion oben im Stadtlabor zu die Philosophie mit Wurzeln Afrika die besagt ich bin weil wir sind wir sind weil ich bin es gibt sozusagen keine Hierarchie dabei und es ist immer ein Miteinander und kein Getrenntsein und wenn Sie fragen nach Impulsen und neuen Formaten können wir gerne im Nachgang an diese Veranstaltung auch in ja einem partizipativen Rahmen über neue Formate nachdenken ich glaube dass die Dialoge zwischen verschiedenen Kontexten enorm wichtig sind zwischen Disziplinen aber auch zwischen verschiedenen Konzepten und Praxen weil im globalen Norden tendieren wir dazu das Kognitive als wissenschaftlich fundiert anzuerkennen fühlen oder verbunden sein im Sinne von Planbewusstsein oder ich bin Teil von einem Baum wie wir am Anfang gehört haben das ist das hat es hier auch gegeben aber das ist sozusagen vergessen oder auch durch andere Machtblöcke wie Religionen überdeckt worden und da sich miteinander in Kontakt zu setzen zu gucken wo erinnern uns andere Praxen und Traditionen an das was wir auch mal gekannt haben aber vielleicht vergessen haben das fände ich wahnsinnig spannend auch verschiedene Bewegungen zu miteinander in Austausch zu bringen und zu gucken was funktioniert bei euch oder wie habt ihr bestimmte Rechte durchgesetzt wo braucht es Zugang zu Politik in dem HüterInnen der Natur in die Politik hineingehen wie es Indigene in Kanada tun und in Parlamenten sitzen und sagen wir sind die HüterInnen dieses Waldes und deswegen treten wir stellvertretend erst einmal für diese Rechte ein und zu gucken wie wir das Puzzle gemeinsam zusammensetzen fände ich enorm wichtig Mikro bitte eine Frage an den Herrn Wäsche wenn wir jetzt von dem westlichen Denken ausgehen hier bei uns und wie können wir dann diese Gesetze der Natur überhaupt beim Gesetzgeber einbringen und durchbekommen weil hier in unserer Geschichte war es ja so dass der Mensch sich auszeichnet durch Bewusstsein gegenüber allen anderen Nebenbewesen und jetzt zum Beispiel Tierrechte sich entwickeln konnten weil man sagt bei immer mehr Tieren wird Bewusstsein erkannt dann konnte man jetzt auch Tierrechte gesetzlich verankern aber dieser Prozess ist ja viel zu langsam also wenn man sagt gut mit Wohlleben oder so gibt es auch unter den Bäumen sensible Geflechte und auch eine Art Bewusstsein aber bis sich das durchsetzt da ist dann vorher schon ein Großteil der Welt untergegangen also der Natur wie wir sie kennen aber wie bekommen wir ihren Vorschlag in die Gesetzgebung genau antworten sie gerne ist direkt adressiert genau ja gut das erste ist dass wir von den vielen Beispielen insbesondere des globalen Südens lernen und sie erst mal zur Kenntnis nehmen dass es eben eine Rechtspraxis ist nicht eine Traumtänzerei die gibt es bereits diese Rechte es gibt keinen Grund warum nicht ein Ökosystem Trägerin eines Rechtes sein es gibt diese man nennt das in der juristischen Wissenschaft eine Rechtsfiktion jede Person ist eine Rechtsfiktion ein Unternehmen ist eine Rechtsfiktion eine öffentliche Institution ist eine Rechtsfiktion warum kann nicht ein Wald eine Rechtsfiktion sein es gibt keinen Grund warum das nicht möglich sein sollte die stellvertretende Rechtswahrnehmung die vorhin erwähnt wurde kennen wir bei der Praxis des Kindeswohls zum Beispiel dass wir stellvertretend für Kinder das Wohl wahrnehmen selbst bei Tierschutzrechten wissen wir irgendwie dass ein Huhn nicht vor Gericht gehen kann sondern dass das irgendwie Interessensvertreter machen müssen auch das ist kein Hindernis für die Rechte der Natur und sozusagen erstmal das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen da gibt es eine Rechtspraxis die ist sowas von kompatibel mit unseren Rechtsordnungen wir müssen nicht etwas Neues erfinden wir müssen einfach unsere Grundlagen auf denen unsere Rechtsordnungen stehen besser betrachten und verstehen und sehen wir können sehr gut zum Beispiel den vorhin genannten Artikel 14 Absatz 2 Eigentum verpflichtet genauso auslegen dass Eigentum nicht wie bisher nur ausgelegt zum Gemeinwohl verpflichtet sondern Eigentum verpflichtet auch zur ökologischen Nachhaltigkeit und das ist eine Sache des Gesetzgebers sozusagen eine Verfassungsveränderung vorzunehmen hier und ich sage was ist die Veränderung eines Artikels im Grundgesetz gegenüber den Änderungen die uns bevorstehen wenn wir nichts ändern einfach eine kleine Veränderung aber wichtig ist erstmal zu sehen dass es Rechte der Natur ist eine Rechtspraxis die gibt es die bewährt sich und die Rechte der Natur würden unsere Gesellschaften nicht völlig auf den Kopf stellen einfach wir müssen nicht irgendwie alles aufgeben wir brauchen einfach ein Eigentumsrecht ein zeitgemäßes Eigentumsrecht für das Anthropozän unsere Eigentumsrechte sind 200 Jahre alte wir leben in einem völlig anderen Zeitalter irgendwie und wir müssen unsere Eigentumsrechte anpassen einfach an diesem großen Bedarf ökologischer Nachhaltigkeit Das ist schön dass jetzt mal wieder der Artikel 14 zur Sprache gekommen ist und der Absatz 2 dass das Eigentum verpflichtet weil wir sind jetzt mal wieder weggekommen vom Recht und sind bei der Pflicht gelandet und das vermisse ich auch in der Debatte weil es ist ganz selten von Pflichten die Rede gewesen dabei ist die Gesetzgebung ja eigentlich eine Geschichte wo Rechte und Pflichten verhandelt werden und das beide sind eigentlich gleichwertig und man könnte natürlich sagen das ist ein Perspektivwechsel also das Recht der Natur was man ihr einräumen möchte ist ja gleichzeitig die Pflicht dessen der sie nutzt ja insofern kann man auch sagen man redet überhaupt nicht über die Natur sondern man redet generell erst mal über die Pflichten und wenn ich gucke bei Artikel 14 kommt in anfordern deswegen kann man bei uns unheimlich schlecht klagen das heißt wenn man sich die Mieterdebatten anguckt die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt dann fällt es wahnsinnig schwer diese Exzesse die da stattfinden irgendwie einzugrenzen in Form einer Klage man wird immer daran scheitern dass diese Pflicht nicht einklagbar ist diese soziale Bindung des Eigentums und insofern denke ich sollte man vielleicht das auch mal mehr über die Pflichten machen und wenn ich noch weiter gehe und sage es geht ja nicht nur um die beschriebenen Rechte die in Gesetzbüchern stehen sondern wenn ich jedwedes Vermögen als ein Recht auf die Nutzung von Ressourcen jedweder Art darstelle dann würde ich sagen dass jedem Vermögen eine gleiche Menge an Pflichten gegenüber steht sodass also große Vermögen in der Regel auch mit großen Pflichten verbunden sind und man könnte sich alle Eigentums sparen wenn man diese Pflichtseite ernst nehmen würde und nicht dieser momentane Ansatz dessen dass man die Gewinne privatisiert und die Pflichten sozialisiert hier vorne war noch eine Meldung ja ich wollte noch mal stark machen was einige auch von ihnen schon geäußert haben meine Hoffnung oder wie wir die Konflikte weiter lösen können ist das Arbeiten in pädagogischen Kontexten und das Entwickeln von anderen Vorstellungen und Werten also dass wir ein Teil von der Natur sind und denken und leben in Verbindung und dass wir nur alle in Abhängigkeit voneinander leben und glücklich sein können und das betrifft ja nicht nur die Rechte der Natur und deswegen auch unsere eigenen Rechte weil ja nicht nur die Rechte der Natur nicht anerkannt werden sondern auch von ganz vielen Menschen was ja gerade auch schon geäußert wurde also Menschen werden ja auch und ich denke dass es total wichtig ist dass es eben Forschung gibt irgendwie über plant also wie wir mit Pflanzen in Zusammenhang stehen oder über Ubuntu Konzepte also dass wir einfach lernen und uns austauschen und da sind Schulen Bildungseinrichtungen Museen gefragt genau ja vielen Dank für diesen sehr schönen Abschluss wir hatten ja nach verschiedenen Impulsen gefragt unterschiedliche Perspektiven sind auf jeden Fall sichtbar geworden und ich glaube es braucht viel mehr solcher Dialoge auch Vermittlung von wissenschaftlichen Konzepten von zivilgesellschaftlichen Praxen und Foren die mit unterschiedlichen Teilnehmenden zusammengestellt sind und vielleicht auch nicht nicht mehr so mit Bühne und Publikum aufgeteilt sind sondern auch andere Formen des Zusammenkommens die eine andere Ebene von Gesprächen auf Augenhöhe möglich machen wir hatten vorhin gehört es gab die Frage wie können wir weitergehen wie solidarisches handeln und verbunden sein möglich und ich wollte der Thomas Gebauer gerne nochmal die Möglichkeit geben zur Global Assembly zu sprechen das ist ja sozusagen der Anlass der uns alle hier hergeführt hat und dort sind auf jeden Fall Utopien angedacht vielen Dank mache ich sehr gerne ich finde ich habe der Debatte und den vielen Fragen und die hervorragend sind gerne zugehört weil genau darum geht es es geht darum dass wir uns diesen komplexen und schwierigen Themen zuwenden und versuchen sie zu ergründen und wir haben gerade an der Oberfläche gekratzt habe ich den Eindruck heute und müssen das unbedingt auch fortsetzen also es tauchten Begriffe auf wie zum Beispiel die Frage der Macht die Vermachtung wir leben in Gesellschaften die vermachtet sind und wenn wir immer nur von dem Anthropozän reden dann hat man das Gefühl es sind wir die Menschen aber es sind nicht wir alleine sondern es sind bestimmte Sektoren in der Gesellschaft die mehr Macht haben als anderes taucht aber ein bisschen auf aber es müsste eigentlich viel stärker noch herausgearbeitet sein das nächste ist der Punkt des Anthropozäns selbst sind es wirklich die Menschen die diesen Zerstörungsprozess am Leben erhalten oder ist es eine bestimmte Struktur also ich nutze öfter den Begriff des Kapitalozehns um deutlich zu machen dass es eine bestimmte Gesellschaftsform ist eine bestimmte Wirtschaftsform wie diesen Zerstörungsprozess angeht wenn man darüber nachdenkt dann fehlt man zum Wembevier zum Beispiel ganz andere Übergänge wir denken dann über eine andere Lebensweise nach die nicht so zerstörerisch ist die nicht auf Rendite Erwirtschaftung Wachstum ausgerichtet ist aber das sind Fragen die wir in Ruhe angehen wollen und die wir intensiv zu beobachten und zu diskutieren haben und da ist die Global Assembly zu der ich jetzt gerade zwei Sätze noch sagen will eine Möglichkeit wir haben ja in Frankfurt Jubiläen zu begehen gehabt und auch noch zu begehen also die erste Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche da war das der Jahrestag im letzten Mai 175 Jahre erste Nationalversammlung und dann jetzt im März 175 Jahre die erste deutsche Verfassung also wir haben auch über Verfassungen geredet gerade und wie man sie dann findet und wie man da bestimmte Rechten und Pflichten auch einbringt diese Verfassung ist nie zum Tragen gekommen ist gleich einkassiert worden aber sie hat dann später auch andere Verfassung auch das Grundgesetz was wir heute haben auf eine gewisse Weise auch mit beeinflusst wir haben der Stadt vorgeschlagen jetzt als utopischer Raum wir machen nicht eine historische Feierstunde und sagen wie gut es alles damals gewesen ist sondern wir sagen wir leben in anderen Verhältnissen das haben wir heute gehört in globalisierten Verhältnissen in denen wir jetzt nicht mehr im nationalen Kontext über Rechte und Pflichten nachdenken können sondern noch in einem globalen in einem transnationalen und deswegen hatte ich der Stadt vorgeschlagen dann lasst uns doch eine Versammlung einberufen in denen Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenkommen und darüber nachdenken wie man diese Ideen von Gleichheit von Demokratie von Menschenrechten weiter treiben kann wie man sie wirklich universell schafft wie man daraus etwas macht was für alle dann eingedenkt der Tatsache dass es unterschiedliche Lebenswelten gibt ganz unterschiedliche Lebensformen die auch nicht alle vereinheitlicht werden sollen aber doch gemeinsame Interessen von Würde zum Beispiel von Solidarität von Bewahrung von Umwelt und Natur alles Dinge die man teilen kann und über die man nachdenken kann diese Versammlung die wird jetzt im kommenden März vom 14. bis 18. März nochmal hier in Frankfurt zusammenkommen es sind 60 Leute aus allen Teilen der Welt die untereinander diskutieren sind auch Europäerinnen und Europäer dabei also die Welt ist wirklich dann sozusagen repräsentiert und die darüber nachdenken was das Gemeinsame sein kann und was vor allem die Hindernisse sind die im Augenblick im Wege stehen ich habe es erwähnt die Machtverhältnisse des Kapitalo 10 also bestimmte Wirtschaftsformen Herrschaftsverhältnisse und das ist etwas was in allen Diskussionen die wir bislang schon hatten im globalen Kontext immer wieder gesagt worden ist wir leben in Zeiten die geprägt sind von zunehmenden Herrschaftsverhältnissen von autoritären Formen von Herrschaften Herrschaftsverhältnissen und wo auch diese Konflikte von denen der gerade gesprochen hat heute immer machtvoller in eine Richtung ausgehandelt werden nicht mehr ausgehandelt werden sondern durchgesetzt werden und es immer komplizierter wird für Menschen im Süden zum Beispiel für den Erhalt der Natur einzutreten oder für Menschenrechte und die ganz extrem und brutal verfolgt werden mit dem Leben bedroht werden umgebracht werden und also wo diese 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 Konflikthaftigkeit zwischen zwischen den Interessen auf eine ganz andere Weise ausgetragen wird schon ausgetragen wird als hier wir erfahren das manchmal darüber wird diskutiert werden und wir werden viele öffentliche Veranstaltungen haben dazu gibt es eine kleine Information die liegt auf ihren Stühlen wir werden die einzelnen Veranstaltungen die dann zu solchen Themen auch stattfinden wie hier nochmal eigen bewerben und wir werden auch eine weitere Veranstaltung glaube ich hier im historischen Museum haben auch zu dem Thema glaube ich ökologischer Krise und wie es dann weitergetrieben werden kann also mit anderen Worten das sind Prozesse die wir diskutieren müssen und wenn wir die von unten her also von den zivilgesellschaftlichen Akteuren und das ist auch heute gesagt worden alle Bewegungen sind ja zustande gekommen durch den Widerspruch aus der Zivilgesellschaft selbst nur aus diesem Grund wird sich etwas verändern wenn wir das wirklich ernst nehmen dann werden wir von dort aus gemeinsam im Gespräch sein können und etwas verändern wollen das wollte ich nur sagen zu dem Stichwort Global Assembly wenn Sie dazu weitere Informationen wollen sind da Adressen angegeben und wir werden auch noch intensiv informieren wie es weitergeht ich möchte mich aber jetzt doch noch auch bedanken bei euch wenn ich das gerade sagen darf an der Stelle ich weiß nicht wie lange ihr noch tragen wollt aber diesen Dank muss ich erstmal loswerden weil ihr einen wichtigen Impuls setzt für diese Debatten die dann auch bei uns geführt werden weil das was was wir hier denken was wir miteinander im Gespräch haben ist die Grundlage auch dessen was dann diskutiert wird also wir schaffen Diskursräume wo wir ein bisschen weiterkommen und wo wir Ideen aufgreifen und das ist die Absicht auch des utopischen Raumes der jetzt seit fünf Jahren schon tagt immer mit monatlichen Veranstaltungen und das jetzt auch hier macht und da will ich zum Abschluss nur noch sagen das ist auch in dem anderen Heftchen Faltplatz kurz beschrieben da wird es am 15. Mai eine weitere Veranstaltung geben dann im Forum der IG Metall auch das ist sehr wichtig mal einen anderen Ort aufzusuchen und dort zu diskutieren über ein Thema das klingt jetzt etwas abstrakt das heißt die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit das klingt sehr schwierig aber wenn man genau hinschaut hat es was auch mit unseren Verhältnissen mit unseren Debatten zu tun wir alle sind natürlich geneigt Freiheit hochzuhalten wir wollen uns nicht gängeln lassen wir wollen Autonomie haben mal auf den Bildern auch zu sehen die autonome Zonen also kein Eingriff in das was wir was wir als Lebensräume wollen und gleichzeitig hat diese starke Betonung von Freiheit Autonomie auch dazu geführt dass Menschen vereinzelt worden sind also wir in Gesellschaften leben wo das Gemeinschaftliche das was vielleicht aus dem Buen Vivier gerade deutlich geworden ist nicht mehr so zählt also diese Balance zwischen Sicherheit also einer Gemeinschaft die Sicherheit oder Geborgenheit bietet und den Freiheitsbedürfnissen einzelner Menschen das herzustellen ist eine unglaublich utopische Aufgabe eine große Aufgabe da wollen wir mit Eva von Redeker am 15. Februar im Forum der E-Metal darüber nachdenken aber nochmal von mir aus erstmal ein Dank an das Historische Museum dass wir hier sein können dass wir diese Arbeit fortsetzen dass wir da gemeinsam dran arbeiten dass das Historische Museum auch die Global Assembly unterstützt und ein Dank an euch das sage ich jetzt schon mal bevor ich dann ja ich möchte mich auch bedanken ganz herzlich den Mitdiskutantinnen Ihnen als Publikum aber auch Mitdiskutantinnen in erster Linie den Mitplanenden und der Gastgeberin und ja ich danke Ihnen ganz herzlich für die Impulse ich möchte auch sehr ich habe Ihren Namen nicht präsent Ihnen nochmal danken Sie haben oben die Sektion zur Rechte der Natur gestaltet ich würde Sie bitten einmal aufzustehen weil ohne Ihre Impulse würden wir hier nicht auf dem Podium sitzen und ich möchte anregen vielfältige Austäusche interdisziplinäre anzuregen weiterzuführen miteinander ins Gespräch zu kommen und da vorhin nach neuen Begriffen gefragt wurde vielleicht ist es eine Möglichkeit nicht mehr von der Umwelt zu reden sondern der Mitwelt das kann alles Mögliche alle Dimensionen mit einbeziehen und herzlichen Dank für Ihre Impulse und Ihre Aktion das hier ins Historische Museum zu tragen und diese Diskussion zu ermöglichen Möchten Sie Ihren Namen nochmal sagen für diejenigen die das vertiefen wollen Ihr Wissen dazu Ihren Namen noch sagen Nochmal mit Mikro bitte Marilu Huertas ist mein Name Sehr schön und Sie können sozusagen den Teil Ihrer Ausstellung oben sehen und dort nochmal die Zettelsammlung sehen die verschiedene BesucherInnen dazu entworfen haben Vielen Dank Kommen Sie heute gut Wie bitte? Dazu kann Frau Ja, die Ausstellung wird noch bis zum 11. August zu sehen sein Kommen Sie gut und sicher nach Hause Heute hat die Natur uns gezeigt dass wir wirklich nicht so unabhängig sind Gehen Sie vorsichtig raus und kommen Sie sicher bei sich zu Hause an Vielen Dank